Mit dieser Übung lernen Sie, wie Sie die Arme steigen und wieder sinken lassen können, ohne dass Sie selber die Arme führen. Stellen Sie sich gerade hin und spüren Sie in sich hinein. Versuchen Sie, sich so zu spüren, dass der Körper anfängt, sich von selber mit der Zeit gerade zu richten und getragen zu fühlen. Nehmen Sie Ihren Rücken, die Schulterblätter, die Außenseite der Arme und die Handrücken wahr. Drehen Sie die Hände langsam nach hinten und dann lassen Sie die Arme leicht werden und bis auf Schulterhöhe steigen und dann wieder sinken. Wenn Sie den Rücken und die Arme spüren und gleichzeitig sich selbst, sollte das kein Problem sein. Wenn Sie den Rücken und die Arme spüren, können Sie den Rücken und die Arme spüren. Funktioniert es? Prima. Wenn nicht, haben Sie mehrere Möglichkeiten, es vielleicht doch noch hinzubekommen. Verdichten Sie einmal den Bereich Ihrer Oberschenkel oder Ihres Unterleibs ein wenig und ziehen Sie sich dort zusammen. Verdichten Sie einmal den Bereich Ihrer Oberschenkel oder Ihres Unterleibs ein wenig. Verdichten Sie einmal den Bereich. Sie können es auch so machen, dass Sie diese Bereiche nicht zusammenziehen, sondern mit Hilfe einer feinen Muskeltätigkeit so ausdehnen, dass es sich anfühlt, als würden Sie sich in das weiche Fell eines Handschuhs von innen hinein schmiegen. Versuchen Sie jetzt, damit die Arme zu bewegen. Zuerst mit Hilfe des Ausdehnens der Oberschenkel oder des Unterleibs. In den Armen sind Sie wach und bereit, auf Veränderung zu reagieren. Und mit Hilfe der Muskeltätigkeit erzeugen Sie das Milieu, das die Arme motiviert zu steigen. Leicht ausdehnen und die Arme gehen mit. Jetzt lassen wir die Arme nach oben bis über den Kopf steigen. Wenn es irgendwann nicht weitergeht, dann lösen oder spannen wir ein wenig, wie wir es eben kennengelernt haben im Körper, und dann geht es weiter. Und genauso lassen wir die Arme wieder sinken. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Wenn die Arme einmal stecken bleiben und sie gehen nicht weiter, selbst wenn ich in den Beinen, oder im Becken oder im Bauch was mache, und das geht nicht, dann bewegen sie die Arme einfach mit ihrer normalen Muskelkraft weiter. Und dann kann ganz gut sein, dass plötzlich steigen sie wieder ein Stück von alleine, dann stocken sie wieder, und dann helfe ich wieder ein bisschen in den Armen direkt nach und plötzlich geht es wieder. Also auch Schummeln ist erlaubt. Funktioniert es? Wunderbar! Dann lassen Sie nach dem Steigen der Hände oben die Finger und Hände spitz und lang werden in Ihrer Fantasie, sodass sich hoch über Ihnen ein Schnittpunkt bildet, wie ein Stern, der über Ihnen steht und leuchtet. Und machen Sie das mit dem Körpergefühl. Nicht einfach vorstellen, sondern so in die Hände und Finger hineingehen und Sie real mit leichter Muskeltätigkeit verlängern, bis über Ihnen dieses Gefühl eines Punktes, eines Sternes entsteht. Und dann lassen Sie das mit dem Körpergefühl. nicht bei allem, was nach oben geht, auch die Gegenbewegung nach unten zu spüren. Versuchen Sie deshalb, wenn Sie die Kreuzung über sich ausbilden, auch zu spüren, wie sich unter Ihnen in Ihrer Fantasie, in Ihrem Körperempfinden, ein Stern in der Tiefe bildet. So, als würden Sie nachts auf einem Steg stehen, die Sterne über sich bewundern und gleichzeitig spüren, wie tief unter Ihnen sich die Sterne im Wasser spiegeln. Und wenn Sie dann nach unten gehen und den Stern unter sich aufsuchen mit den Händen und auch dort diese Kreuzung bilden, dann spüren Sie, obwohl Sie jetzt unten die Kreuzung bilden, wie über Ihnen ebenfalls der Stern beginnt, wieder aufzuleuchten. Wenn Sie diese Übung meistern, werden Sie bemerken, dass es Sie nicht nach oben herauszieht, sondern dass Sie im Gegenteil eine gute Verbindung nach unten bekommen, zum Boden, ja sogar in ihn hineinfühlen können. Und mit etwas Glück gelingt es Ihnen, nach dem sinken lassen der Arme, sich groß und erfüllt zu fühlen.